Wir dürfen einfach diesen Fehler, den wir beim Leistungsschutzrecht als Netzgemeinschaft gemacht haben, nicht nochmal bei der Bestandsdatenauskunft machen. Wir haben eine echte Chance, das Ding zumindest zu entschärfen und ihnen die Zähne zu ziehen und wir müssen das auf jeden Fall nutzen. Und ich habe persönlich auch bei vielen Leuten den Eindruck, die jetzt auch bei den Protesten geholfen haben, die Flyer entworfen haben, die Aktionsseiten aufgesetzt haben, die auch diese tollen Ideen hatten mit den Videoprotesten, dass sie jetzt ganz dafür brennen, jetzt es endlich mal richtig zu machen. Und ich glaube, wir müssen das einfach auch um die zukünftigen Themen tragen, dass wir uns da nicht verlassen dürfen auf die etablierten Parteien. Egal, was in Koalitionsverträgen drinsteht, es ist der Druck von der Straße, der im Endeffekt zählt. Vollkommen, was die Katha sagt. Plus, ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt endlich zu begreifen, dass wir gewisse Dinge nur in Bündnissen und Ähnlichem zustande bringen. Das betrifft auch die ganzen NGOs aus dem Bereich, aber auch alle Netzaktivisten, die ja in der letzten Zeit doch jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat. Ich glaube, wir müssen einfach bei allen Widersprüchen, die es auch hin und wieder zwischen uns gibt, die Gemeinsamkeit in dem Kampf gegenüber solchen Dingen wie einer Bestandsdatenauskunft erkennen und dann auch ganz gemeinsam dran arbeiten. Dann haben wir auch wieder eine Chance. Und das betrifft auch ganz genauso uns als Piraten, dass wir da manchmal vielleicht auch ein kleines Stückchen mehr zuhören müssen und mal uns reinfühlen müssen, wie wir manchmal wahrgenommen werden. Und ich glaube, das machen wir gerade vorzüglich. Insofern kann ich nur sagen, wenn wir so weiter arbeiten wie momentan, dann werden wir das auch alles schaffen bis zum Sommer. Und wir sollten auch nie wieder vergessen, dass wir eigentlich die Speerspitze der Netzaktivisten sein sollten. Ich wehre mich, wenn am 14. genügend Leute auf der Straße waren. Vorher kann man das nicht machen, weil man ja nicht weiß, ob es geholfen hat. Hinterher wahrscheinlich persönlich beim Fefe bedanken. Er hat uns den Spiegel vorgehalten. Es werden die eine oder andere sauer sein, dass ich so etwas sage. Aber ich fand es super, dass er uns an der Stelle gezeigt hat, wie oft wir in der letzten Zeit eigentlich in unseren piratischen Kernthemen versagt haben. Und ich glaube, das hat den einen oder anderen, über welche Kanäle das auch gegangen ist, ein bisschen zum drüber nachdenken gebracht. Und deswegen sind wir jetzt aus so einer Art Winterschlaf erwacht. Und den sollten wir durchziehen bis zum Plakate-Leben für die Bundeswahl. Ein schönes Schlusswort. Ich wünsche euch allesamt einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns auf den Kanälen. Tschüss. Tschüss. Schmeiß den Wasserwerfer raus. Kira, wo lädt es denn das hin? Oh, die ist ja schon weg. Ach doch, da unten ist Kira, hörst du mich? Ja. Vielleicht sollte man mal sagen, wo jetzt der Themenabend stattfindet, Markus. Ja, ich glaube, den machen wir hier. Dann müssen wir nicht alle wechseln. Ich glaube, wir müssen auch keinen Raum besetzen, der vielleicht nachher weg ist. Okay, wen wünschst du dir auf dem Podium? Hier im Megafon oder einfach alle da rein und miteinander reden? Ja, ich glaube, die, die interessiert sind, können hoch das Megafon und können uns jetzt unterhalten. Die Kata hatte heute ein Bett rumgeschickt, wo sie konstruktive Vorschläge gesammelt hat. Der Patrick hat vorhin einen Link rumgeführt, wo er eine kleine Anfrage formuliert hat. Vielleicht kann man da ja noch irgendwie dran arbeiten. Patrick, bist du noch da? Ja, hallo. Also, was mir bei deiner kleinen Anfrage fehlt, ist, dass du halt nach den E-Mail-Accounts fragst, wo halt auch, ja, wirklich Accounts dahinter sind, wo man mithilfe der Account-Daten sich auch irgendwo anders einloggen kann. Zum Beispiel, ich habe einen E-Mail-Account in der Uni und mit einem Single Sign-On kann ich mich auch in anderen Plattformen der Uni einloggen, kann Kurse, kann mich für Kurse anmelden, kann mich ex-matrikulieren online. Und das wird alles gehen mithilfe dieses E-Mail-Passwortes. Und auch so Dinge wie die E-Mail-Konten fallen ja darunter. Das heißt, mithilfe eines E-Mail-Passwortes kann man schon recht viel machen. Und wenn das gegenüber dem Account-Inhaber geheim bleibt, habe ich da keinerlei Möglichkeit mehr nachzuweisen, ob mein Account jetzt missbraucht wurde oder nicht. Da finde ich es schön, wenn du deine Kleine Anfrage da ein bisschen optimieren könntest in diese Richtung. Ich habe euch gerade mal den Link zum Entwurf der Anfrage gepostet. Und es geht darum, dass ich gerne herausfinden will, welche Dienste eigentlich unter die Bestandsdatenanfrage fallen. Das heißt, in der Praxis, welche Passwörter da so abgefragt werden. Und da habe ich jetzt versucht, mal verschiedene Dienste anzunehmen. Und wenn euch da noch was einfällt, mag das auch gerne am Text direkt im Feld mitarbeiten. Ich kann dir das bloß an der Webseite. Gibt es da noch ein Pad dazu? Ah, ich habe das Pad gefunden. Fraktion-SR.Piraten-Pad.de-1086 Das ist eben nicht über den Chat rumgegangen. Nee, ich habe es nicht in dem Mumblechip gesehen. Kurze Zwischenfrage. Apropos Pads. Wir haben doch bei der Bundestagsabstimmung, hatten wir ja vorher die Aktion auf bestandsdatenauskunft.de Schreibe deinen Abgeordneten an. Wenn jetzt so viele Leute hier im Mumble sind, könnten wir doch die Namen der Leute, die im Innenausschuss vom Bundesrat, der ist ja am 18. kurz nach den Demos, die Namen sammeln in dem Pad. Und eventuell auch die Namen von den Anschreiberadressen für die Bundesratsabstimmung, die dann wahrscheinlich im Mai ist. Dass wir da auch wieder auf der Homepage posten, schreibe deine Bundesratsrepräsentanten an. Machst du da vielleicht ein Pad auf und postest das, dann können wir da ja sammeln. Gebt ihr auf der Seite des Bundesrats, gibt es da noch einige Mitglieder an dem Premium? Jo, mache ich. Also das größte Problem bei der BDR sehe ich halt, dass sie Passwörter anfragen und das gegenüber dem, ja, des Menschen dann geheim bleiben soll. Wenn man eine Hausdurchsuchung macht, geht man ja sozusagen offen ran, sagt jetzt durchsuchen wir, dann gehen wir wieder raus. Und dann ist es auch drin, nach der Hausdurchsuchung. Aber wenn man das Passwort hat, kann man sich ja zu jedem beliebigen Zeit später wieder einloggen, ohne dass jemand anders das weiß. Und da ist halt extremes Missbrauchspotenzial, ja. Wenn ich überlege, welche Accounts ich mir alles besorgen kann durch Passworterinnerungsfunktionen, die auf meine primäre E-Mail-Adresse laufen, dann könnte man sozusagen Identitätsdiebstahl betreiben und mich komplett ausnehmen, ja. Also von meinem Bahnkonto über mein E-Bail-Konto über mein Amazon-Konto würde man überall rankommen. Es geht sogar noch ein bisschen weiter, weil die neueren Router, die werden ja oft direkt vom Provider über Passwörter gesteuert. Das heißt, dass bei der Bestandsdatenauskunft eben auch der Provider seine Passwörter für den Zugriff auf den Router des Endkunden preisgeben muss. Das heißt somit, dass Behörden Zugriff auf den Router haben und unter Umständen damit auch die dahinterliegende Infrastruktur angreifen können, wenn sie wollen, meinetwegen mit irgendwelchen Staatstrojanen etc. Na gut, weil allen irgendwie noch nicht so richtig die Brisanz klar ist. Wenn ein Virenhersteller gerne wissen möchte, wie schnell Antivirenprogramme und der Staat reagieren, dann machen sie nichts weiter, als sich irgendwo in einer großen, wichtigen Firma ein Passwort zu besorgen, ins Netzwerk zu gehen und beim Buchhalter ein kleines Bildchen mit Kinderporno oder sowas hinzulegen und verschwinden wieder und löschen alles andere, dass sie da gewesen sind. Drücken auf die Uhr und warten, wie lange es dauert, bis ein Buchhalter verhaftet wird. Und dann wissen sie ganz genau die Zeit, die sie haben, wie lange ihr Virus unterwegs ist und nach der Zeit müssen sie ihren Virus nur regelmäßig erneuern. So einfach kann ich jemanden kompromittieren, wenn ich so tun kann, als wenn ich er wäre. Ich möchte ganz kurz da auch erwähnen, das Problem ist ja auch ran festlich, in dem Moment, wo man privat an unsere Pins kommt oder an unsere Passwörter, sei es durch eine Ordnungswidrigkeit, die wir begangen haben, eine vermeintliche, dann haben wir schon den Salat, dass höchstwahrscheinlich derjenige, der dann unser Passwort hat, zumindest bei den meisten Menschen, herleiten kann, wie das Passwort ist, was er eventuell auf der Arbeit auch benutzt. Und wenn wir jetzt im Zeitalter der internationalen Netzspionage mal mitdenken, kann man so schnell, kann man entsprechend dann sehr schnell entsprechend kompromittierende Daten zusammenkriegen, dass man quasi Wirtschaftsspionage, ja, Tor und Tür öffnet. Das ist hier wenig weit hergeholt und das ist dann ein schlechter Admin in einer Firma. Denn wenn ich so ein Risiko in einer Firma habe, dann mache ich einen Generator, der dir jeden Tag ein 30-stelliges Passwort automatisch generiert, wo du nicht deine private Vornamen deiner Katze und die Geburtsdaten deiner Urgroßmutter eingeben kannst. Bevor es jetzt zum Glaubenskrieg kommt, wenn du ein vernünftiges Passwort kreierst, wo du dich einfach in eine normale Anleitung hältst, die im Netz ist. Und ich kenne genug Menschen, die ansonsten sich schwer tun, Passworte zu machen, die nutzen zum Beispiel, dass sie dann irgendwelche Reime nehmen. Dass sie irgendwelche Reime nehmen aus irgendwelchen Gerichten, die sie kennen, davon Anfangsbuchstaben und Kleinbuchstaben nehmen und so weiter. Und wenn dieses Schema durchbrochen wird, erkannt wird, weil man das klar Passwort-Tache hat als Sicherheitsbehörde und einer passt bei der Sicherheitsbehörde nicht auf oder einer ist sogar, welcher tatsächlich will sich sowas dazu verdienen und verkauft diese Information. Herzlichen Glückwunsch. Wie schnell können gute Hacker dann wahrscheinlich wieder daraus her entsprechend Systematik erkennen und entsprechend dann versuchen, das Passwort, den Account, auch in den Firmen-Account zu hacken. Was anderes, gut, man kann sicherlich viele wilde Sachen damit anstellen, aber was mir momentan im Kopf rumgeht, ist das prinzipielles Problem, die Beweiskraft von auf diesem Wege gefundenen Daten. Wenn es eine richtige Schnittstelle gibt und dann gibt es viele Berechtigte, alle möglichen Behörden, Ordnungswidrigkeiten etc. und viele Beteiligte, die dann da rangehen können, dürfen nach diesem Gesetz, dann gibt es auch zwangsläufig durch die vielen Beteiligten die Möglichkeit zu lexen. Und dann ist immer die Möglichkeit gegeben, dass jeglicher gefundener Beweis, in Anführungsstrichen, von jemand platziert wurde, weil ja so viele Beteiligte, die nicht alle zuverlässig sind, drei Mittwoch umfummelt haben. Dadurch sinkt eigentlich die Wirkung dessen, was dieses Gesetz theoretisch erzielen soll, weil die Zuverlässigkeit der so gefundenen Beweise quasi gegen Null gehen kann. Ich kann es dir mal ansprechen. Vielleicht könnte man jetzt erstmal mit den geplanten Dingen vom Markt weitermachen und das da versuchen mit einzubauen. Bevor sich hier irgendwie Smalltalk entwickelt. Ich suche gerade noch. Ist die Katascha noch da oder ist sie schon weg? Ich sehe sie gerade nicht. Es gibt ja Programmanträge an den BPT, die sagen, wir möchten einen anonymen Zugang zum Netz haben. Und es gibt Anträge, die sagen, wir möchten, dass die Auflösbarkeit von ISPs erhalten bleibt. Und bei der Bestandsdatenabfrage geht es ja auch darum, ob man Zugriff auf Namen oder Adressen hat, die zu Telefonnummern oder Accounts gehören. Wo da die piratige Position dazu ist. Also würden die Piraten eine Bestandsdatenauskunft light mittragen oder sagen wir anonymen Netzzugang oder sagen wir einfach nur gegen das BDA. Da hatte die Katascha vorhin ein Pad gepostet, wo sie einen Programmantrag formulieren wollte. Also es ist so, dass wir in Schleswig-Holstein und auch die anderen Fraktionen einen gemeinsamen Antrag zur Bestandsdatenauskunft eingebracht haben. Und da sind ganz konkrete und da sind ganz konkrete